Lasst uns gemeinsam beten. Gott ist mein einziges Ziel. Möge ich still sein und meiner kleinen Bereitwilligkeit folgen, jetzt mit Gott zu sein, nur ihn als mein Ziel vor Augen zu haben. Möge ich zurücktreten von meinem Füllen und nach innen schauen. Ich will mich daran erinnern, dass ich nur ein liebevoller Gedanke Gottes bin. Nur das und Gott mein Ziel ist. Alles andere muss aussortiert werden. Urteilsfrei. Ich will mit der Liebe des Vaters leben, meiner wahren Identität in Gott. Denn ich bin nur Liebe, Bruder, nur Liebe. Hörst du? So wie Gott uns alle schuf. Gott ist mein einziges Ziel. Das ist alles. Amen. Du bist mein Ziel, mein Vater. Du allein. Du allein. disciplined. Untertitelung des ZDF, 2020